So meine Lieben, Isa, Lenning, ihr habt jetzt die Aufgabe, ihr habt jetzt hier zwei so Doppelrollen, seht ihr das? Dann habt ihr ein Seil, dann habt ihr ein Gewicht und jetzt versucht ihr mal, und ihr könnt gerne eure Mitschüler fragen, versucht ihr mal hier einen Flaschenzug aufzubauen mit vier tragenden Seilen. Hier unten hängt ihr ein Gewicht dran und das Ganze soll dann am Ende irgendwie so aussehen und ihr versucht jetzt mal, das Ganze hier umzusetzen. Also, wer möchte denn mal anfangen? Fangt mal an mit dem Seil erstmal. Versucht's mal. So, da dran machen? Ja, ein Flaschenzug mit vier tragenden Seilen, den wollen wir aufgebaut. Ihr seid jetzt hier die Ingenieure, ihr seid die Techniker, ihr müsst das umsetzen. Such mal ein Seilende und versuchen mal, das Seil erstmal irgendwo festzumachen. Ihr könnt auch gerne in die Kamera gucken, die beißt nicht. Max, filmt das. Soll ich ein bisschen näher kommen? Das wird ein Zeitdokument, das könnt ihr euch in 100 Jahren immer noch anschauen. Max, will nicht. Und könnt euch überlegen, wie toll der Physikunterricht vor 100 Jahren. Ich würde erstmal das Seil hier unten fixieren, wenn ich dir eine kleine Hilfe gebe. Mach mal das Seil hier rein, mach gut. Geh mir näher an, Max, dass du das besser. Sie sind ja nicht vom Knoten? Ja, mach mal ein bisschen länger, dass es gut geht. Mach es schön, mach auch schon. So, was haben wir jetzt, mein Freund? Das hast du festgemacht. Machst du noch ein bisschen doppelt? Ja, mach nur das Liss für den Bauch. Ja. Halt mal drauf, Max. Max, er fällt mir nur ein bisschen. Nein, ich fühl mich doch hier, das ist zu nah. Wir machen hier einen Knoten ein. So, jetzt braucht ihr natürlich die andere Rolle. Ja. Wie würdet ihr das machen? Ich muss weiter... Das ist hier auch, ne? Max, das sieht gar nicht. Was würdet ihr machen? Wo geht das Seil jetzt erst mit dir? Er kennt der Gamax nicht. Hey, er lügt. Er lügt. In Bito, sei ruhig. So meinst du? Uh, naja. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ich glaube auch nicht. Alles ist falsch. Aber das habe ich schon gemacht. Ich würde ganz ehrlich... Ich würde ganz ehrlich... Ich würde gerne... Nein. Ich würde los machen. Wie soll ich diese los machen? Ja, ich hab doch überlegen. Was? Ich hab doch überlegt. Wie willst du von hier sehen? Ich bin alles... Ich bin alles... Ich bin alles... Und jetzt? Wie geht's weiter? Wo geht das Seil jetzt weiter? Lass noch ein bisschen Bock haben. Weiter holen. So. Juhu, Issa. Super. Oh mein Gott. Überleg mal. Hashtag Issa experimentiert. Ja. Ja. So. Wärmer, wärmer. Genau. Und dann jetzt? Hier ist der Issa. Nimm die Vordrehrolle. Ein Bild für die Familie. Die Vordrehrolle? Ja. Super Issa. Weiter. Jetzt kann man die Gewichte heben. Ja, aber was machst du mit der Rolle? Welche Rolle? Sie verbinden. Zeig dir, zeig dir. Sie hat diese Kamera so riesig. Ich glaube, da habt ihr noch einen Fehler drin. Vergesst mal das da oben. Halt mal das da fest. So wie ich. Da, hier so. An beiden Seiten. Da, so. Mit zwei Daumen. Geh mal da durch. Wolltet ihr gerade machen, oder? Ja. So, jetzt lass los. Häng mal das Gewicht unten dran. Häng das Gewicht unten dran. Los, Issa. Kannst du mal besser fühlen? Ja, Digga Lenny, die Hand ist dort. Okay. So, lass mal los. So. Und jetzt würde ich? Wie soll ich sonst filmen? Wichtig. Ja, Digga Lenny, das doch gleich. So, dann mach mal oben. Mach mal selber. Und jetzt? Bedanke dich bei mir. Hi, Arnex. Machst du das für den Mundgeruch heute gehabt. Okay. So, fertig ist der Flaschenzieher. Issa. Machen wir einen Cut. Machen wir einen Cut? Cut? So, an der malen...